so viel geld kann man am flohmarkt verdienen ich nehme euch mit ein tag tausend euro an einem tag verdient hat das ist alles mal hier ein euro ja ja hier ist alles ein euro und deshalb hier ist alles eine andere seite ist ein bisschen teuer du warst auf ebay und was auf ebay die ganze zeit irgendwelche aufträge gesucht beziehungsweise entrümpelungen dann hast du hast du sachen umsonst bekommen genau und dann hast du die sachen verkauft ja mama wie viel hat gekostet platz alles zusammen ja 90 euro das ist dann wieder zeit also 60 euro habt ihr gezahlt dann später wieder 30 das ist eure verdientes geld das kannst du da behalten wie viel kostet das 35 beziehungsweise vor zehn jahren war das doch auch so zwar so dieses ja wer zum flohmarkt geht es derjenige der seine sachen verkauft die er nicht mehr braucht oder die die wirklich zum flohmarkt gehen um damit geld zu machen sind dann so die leute die kein geld haben wir kommen zu einem neuen video und in dem video geht es darum dass wir zum flohmarkt fahren denn ich habe schon länger für euch mitzunehmen zum flohmarkt beim flohmarkt das ist nämlich so dass meine mutter gestern und gestern mal freitag 1000 euro an einem tag verdient hat das ist jetzt nicht jedes wochenende so aber wir nehmen euch heute mit und zeigen euch wie das so abläuft komm her komm zu papa komm zu papa wir nehmen euch damit ich zeige euch was da so alles abgeht aber hier bevor dieses auto hier drin stand war dieser garage voll mit flohmarkt sachen denn damit meine mutter flohmarkt sachen verkaufen kann hat sie nämlich immer flohmarkt sachen besorgen müssen wie sie das gemacht hat ist durch ebay kleinanzeigen es gibt viele leute die verschenken was oder es gibt auch viele leute die müssen eine entrümpelung machen oder deren eltern kommen ins altes heim und da gibt es halt viele klamotten viele sachen die man halt umsonst geschenkt bekommt und diese sachen hat meine mutter dann immer geholt bis sie eines tages eine dame kennengelernt hat die mit betreuern zusammenarbeitet und diese betreuer liebe leute haben immer wieder regelmäßig irgendwelche wohnungen die entrümpelt werden müssen und wo die ganzen sachen auch entsorgt werden müssen meine mutter hat das große glück dass sie regelmäßig wohnungen von dieser dame bekommt und deswegen auch regelmäßig immer wieder sachen hat zum flohmarkt zum gehen am donnerstag hat sie nämlich eine wohnung gehabt die hat sie entrümpelt und diese wohnung diese entrümpelt hat hat extrem gute sachen gehabt also wirklich krass gute sachen so gute sachen dass sie gestern an einem freitag 1000 euro verdient hat mit meiner oma zusammen am flohmarkt und wir werden heute zusammen hingehen und werden mal schauen was sie heute an einem samstag verdient und morgen ist dann sonntag da geht sie nämlich auch zum flohmarkt die flohmärkte sind meistens am wochenende und ja aber jetzt mal ohne mist so erster eindruck natürlich es kann selbst wenn du eine masse hast an produkten oder die nur für ein euro rausscherbelst und nur richtige haushaltsauflösungen machst dann kannst du selbst mal 1000 euro am tag verdienen aber das sind ausnahmen in der selbstständigkeit kannst du sowas meiner meinung nach immer ganz ganz also du kannst es immer nie skalieren welcher flohmarkt ist gut welcher flohmarkt ist kacke kaufen die kunden alles bei dir auf oder lassen sie es sein wisst ihr wie ich mein es ist ja vielleicht vielleicht hat sie jetzt mal 1000 euro dass du was gemacht aber das ist definitiv eine ausnahme auf dem flohmarkt 1000 euro zu verdienen an einem einzelnen tag bin ich mir zu 100 prozent sicher vor allem wenn du sachen für für ein euro immer raus scherbelst auch an feiertagen und meine mutter schaut immer dass sie wirklich immer geht und sie verdient da auch sehr gutes geld wie ihr mitbekommen habt gerade eben genau da werde ich euch jetzt mitnehmen ich nehme eine kleine family mit ein kleiner flohmarkt trip wir schauen mal was es dort gibt und dieser flohmarkt wo wir heute hinfahren das ist samstag an einem flohmarkt an einem samstag das ist riem der flohmarkt in riem und der flohmarkt in riem ist sogar einer der größten flohmärkte überhaupt ich glaube sogar leute aus österreich kommen hierher damit sie hier zum flohmarkt dürfen und verkaufen können jetzt schauen uns die ganze sache jetzt mal zusammen an ich sag sorry dass das so ein bisschen chaos ist aber so ist es halt und ich nehme euch da mit und ich wollte euch da schon lange mitnehmen viel spaß mit dem video ach ja was ich euch noch sagen wollte ist und zwar damals als wir zum flohmarkt gegangen sind vor meine mama macht es schon seit über zehn jahren habe ich immer gesagt flohmarkt ist doch was für die leute die kein geld haben und so und ich habe mir das immer so im kopf eingeprägt beziehungsweise vor zehn jahren war das doch auch so zwar so dieses ja wer zum flohmarkt geht ist derjenige der seine sachen verkauft hat er das nicht schon mal erzählt ihr nicht mehr braucht oder war das im intro ich komme gar nicht mal zurecht das hat er doch schon mal erzählt oder die die wirklich zum flohmarkt gehen um damit geld zu machen sind dann so die leute die kein geld haben sind so die armen leute das war früher so keine ahnung don't judge me for this aber das war früher wirklich so ein gedanke und in dem video soll es ja auch irgendwie darum gehen wie kann ich euch mehrwert bieten und zwar werde ich mit meiner mama darüber reden wie ihr auch zum flohmarkt gehen könnt und mehrere hundert euro verdienen könnt denn es ist wirklich möglich auch für euch denn jeder hat zu hause ein paar sachen die er nicht braucht und die meisten verkaufen es auf ebay kleinanzeigen oder auf vintage oder auch ja wo man den maximalsten gewinn natürlich erzielt und auch die meisten kunden bekommt irgendwelche oder halt den meisten zulauf an kunden hat im internet also ich glaube jetzt nicht dass du einen lokalen flohmarkt mit ebay oder amazon vergleichen kannst das sind tausende von leute was was da was darum also ich habe ja du musst mal vorstellen ich habe irgendwie 20 millionen impressionen oder so muss man vorstellen 20 millionen impressionen das sind klicks das ist einmal anschauen das ist einmal durchscrollen und hab dann nicht gesehen das wird alles zusammengezählt hat man jemals auf irgendeinem flohmarkt wenn man verkauft 100.000 impressionen ich glaube nicht plattformen aber flohmarkt ist wirklich eine sehr sehr krasse option denn die leute die zum flohmarkt gehen die private also sachen verkaufen die auch privat sind es gibt da ja auch viele leute die regelmäßig hin mit meiner mutter aber es gibt dann auch noch leute die privat hingehen und das nur einmal die machen auch am tag mehrere hundert euro also mindestens 100 euro am tag verdienen die da man muss ja auch ein bisschen was zahlen damit man den platz da haben darf aber das alles werde ich in diesem video aufklären und werde euch da mitnehmen und werde euch da mitnehmen werde euch alles zeigen ja schau mal schau mal schau mal was ich habe schau mal schau mal was ich habe willst du das haben auf aufmachen ja ja also irgendwie schwieriges video oder also ich bin ja sonst immer lieb aber das ist irgendwie ja weiß ich nicht okay so wir sind jetzt auf dem flohmarkt und das erste was wir machen ist wir suchen meine mutter und meine oma und es ist heute um ehrlich zu sein auch gar nicht so voll und es sind gar nicht so viele verkäufer da denn normalerweise ist hier richtig voll aber ist auch nicht schlecht und das wetter ist auch sehr angenehm ja ich habe sie gefunden der typ da dieses t-shirt in der hand hat das ist von mir Adidas t-shirt salam aleikum alaikum salam salam aleikum hier ist die Kamera hier ist Dido Hallo Maika Hallo Dido Wieviel habt ihr verkauft? Ah geht 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 das ist alles Maika hier 1 Euro gell? ja ja hier ist alles 1 Euro hier ist alles 1 Euro und das auch? ja das heißt hier ist alles 1 Euro die andere Seite ist ein bisschen teuer Elektriker und ein bisschen teurere Sachen sind hier gell? ja da auch teure Räsche ja ja also ab hier kostet alles nicht mehr 1 Euro für ein bisschen teurere Sachen aber hier verkaufen die alles für 1 Euro der Transporter gehört mein Onkel der Transporter gehört uns und wie ihr sehen könnt sind wir hier echt krass aufgeteilt also von da hinten also von da hinten bis hier hin es kostet auch Geld damit man hier so einen Platz bekommt jetzt fragen wir mal kurz wie viel es kostet vielleicht weiß mein Opa was Dido wie viel hat gekostet diese Platz? alles zusammen ja ich muss deine Mama fragen ja ich muss deine Mama fragen guck mal was meine Mutter sagt ich kann dir auch die Kesen auch Mama wie viel hat die kostet Platz? schau 90 Euro alles zusammen? ja 90 Euro das ist dein verdientes Geld also 60 Euro habt ihr gezahlt dann später wieder 30 Euro das ist so euer verdientes Geld die wollten grau schmeißen das kannst du da behalten warum die ist voll frech die die Veranstalter echt? die kennen uns seit Jahren weißt du und dann kommt sie wir haben mit dem Ding gesprochen nein ausmachen sonst schmeiß ich euch raus was ausmachen? das Ding wir dürfen nicht reden weißt du ach so mit dem Ding hier schau mit dem Lautsprecher wolltest du ja du kannst es doch höflich sagen nicht mal aus kein Verbot ja ich schmeiß nicht und sie wollte euch rausschmeißen weil ihr den Megafon da benutzt habt egal hier wir verkaufen auch Gold 8 Euro die kosten 3 Euro 8 Euro zusammen und wie schauts aus Mama? 8 Euro zusammen was ja ja das ist der Flohmarkt Gang das ist der Flohmarkt Gang also also was würdest du machen wenn du von ganz neu anfangen müsstest mit Flohmarkt von vorne du hast die Sachen nicht mehr du hast äh keine Sandra mehr du hast nichts mehr du hast keine du hast keine Sachen du willst jetzt in Flohmarkt gehen was würdest du machen wenn du von ganz vorne anfangen müsstest erstmal in meinem Haus ausdrümpeln 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 in deinem Haus ja und dann verkaufen und dann verkaufen was wenn du dann keine Sachen mehr hast was machst du dann? machst du dir keine Sorge ich bekomme Sachen ja du schon aber für zum Beispiel jemand der neu anfängt jemand der neu anfängt mit Flohmarkt dann fängt der auch so wie ich ja der holt sich Sachen der fängt von seiner Wohnung ausräumen und dann geht's ja aber was wenn er zum Beispiel gutes Geld verdient hat er hat nichts mehr von zu Hause zu verkaufen dann kauft er am Flohmarkt und verkauft ok das ist eine Möglichkeit das ist ein Händler dann ja ich bin aber kein Händler aber was hast du gemacht? stand damit du Sachen bekommst was hast du gemacht? was hast du gemacht? ach so was ich gemacht? ähm äh äh jemand der neu anfängt mit Flohmarkt dann fängt der auch so wie ich ja der holt sich Sachen der fängt von seiner Wohnung ausräumen und dann geht's weiter ja aber was wenn er zum Beispiel gutes Geld verdient hat er hat nichts mehr von zu Hause zu verkaufen dann kauft er am Flohmarkt und verkauft ok das ist eine Möglichkeit das ist ein Händler dann ja ich bin aber kein Händler aber was hast du gemacht? was meinst du? damit du Sachen bekommst was hast du gemacht? ach so was ich gemacht habe ja also ich habe mir eine Verbindung gesucht habe eine beste Freundin gefunden und mit der arbeite ich zusammen genau und du holst die Sachen aber was wenn die Leute zum Beispiel keine beste Freundin haben so wie du? das ist dann deren Problem nicht mein nein aber wir müssen den Leuten helfen aber ich denke aber nicht drüber nach was die anderen machen ja aber ich mache ja gerade ein Video um den Leuten zu helfen ich gebe aber meine Ideen nicht weiter doch du gibst sie heute schon weiter weil ich frage dich nein auf jeden Fall zwei Euro weil ich sage was du gemacht hast hör zu du warst auf Ebay und du hast auf Ebay die ganze Zeit du hast irgendwelche Aufträge gesucht beziehungsweise Entrümpelungen genau Entrümpelungen und dann hast du Sachen umsonst bekommen genau und dann hast du die Sachen verkauft ja und wie viel habt ihr gestern verdient? 1080 gestern? ja und heute bis jetzt? 700 echt jetzt? das ist an so einem schlechten Tag echt jetzt? ja 5 Euro 700 und morgen geht es hier nochmal oder? wo geht es hier morgen? Ingolstadt Ingolstadt das ist so genau so ein Video eigentlich wo ich in meinem jetzigen Zustand irgendwie brauche das ist genau so ein Video der Tristan ich glaube ich gehe jetzt eine Runde spazieren und schau mal was es so gibt Fahrräder hier gibt es wirklich einfach alles mögliche Schuhe hier gibt es alles ich muss hier nicht mal weg hier gibt es ja ich suche eigentlich nichts Bestimmtes ich schau nur aber ihr könnt mal ein bisschen schauen was es hier so gibt mit mir zusammen schauen wir mal Fahrradteile noch mehr Schuhe hier also ihr habt wirklich alles mögliche uh da sind Parfums das ist Tag und Nacht das ist so 8 Euro wie viel kostet das? Tag und Nacht 35 ok also ihr habt es gehört 35 Euro für dieses Parfum ich möchte euch was zeigen denn genau dieses Parfum habe ich und bevor ich es euch zeige muss ich es erstmal finden dann zeige ich euch genau was ich meine weil dieses Parfum benutze ich in der Arbeit und ich weiß ganz genau dass es dieses Parfum auf Amazon gibt er verkauft es hier für 35 Euro aber dazu muss ich auch ehrlich sagen das Parfum ist wirklich 35 Euro wert denn es ist sehr langanhaltend es riecht sehr sehr gut und sehr stark das ist wirklich ein Bombenparfum das kann ich euch empfehlen vor allem an die Männer da draußen die ein bisschen was stärkeres haben wollen ich zeige es dann jetzt mal gleich auf nicht Zalando Amazon muss ich finden auf Amazon zeige ich euch wie viel das kostet also wie gesagt er verkauft es für 35 Euro hier am Flohmarkt oh das ist eine coole Gitarre aber auf Amazon werde ich euch mal zeigen wie viel das da drin steht so mit ein paar Klicks habe ich es gefunden und zwar das obere ist auch richtig gut das kostet 23 Euro das ist sehr gut das riecht sehr orientalisch und da ist das gerade eben für 19 Euro steht das in Amazon drin also 19 Euro und er verkauft es hier für 35 Euro das heißt 15 Euro pro Parfum Gewinn so oder mehr oder weniger gell ja so Leute man die Leute machen Geld aber das ist kein schlechtes Geschäft mit den Parfums weil die Parfums sind sehr 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 gut ich habe nämlich viele von Amazon bestellt ich bin sehr zufrieden mit denen ich habe die auch alle auch verbraucht alle benutzt und ich sage euch wenn jemand Lust hat auf Parfums die sehr gut riechen dann geht auf Amazon und gibt mal ein La Taffa ich werde zwar gar nicht von denen oder so gesponsert aber ich muss ehrlich zugeben wenn die gute Parfums haben schau mal was es hier noch so gibt schau da ist ein Snowboard cool Snowboard Notiz an uns Snowboard ah cooler Kühlschrank Wader Wader ist eine Proteinmarke der Kühlschrank ist wirklich cool wie viel für den Kühlschrank? 60 Euro der funktioniert? ja ein bisschen aber 3 Euro und halb das funktioniert das ist eine Fitnessstücke haben sie vom Fitnessstuhl genommen? 60 Euro die haben wir gekündigt ja und wir haben unsere Kühlschrank alles Zeug raus ich habe ein bisschen alles cool aus 60 Euro ist eigentlich nicht schlecht wenn der ihn für 40 Euro hergeben würde müsste man den nur ein bisschen sauber machen und dann hätte man einen cool Kühlschrank für Büro oder keine Ahnung was jetzt schauen wir mal was es hier noch so gibt guck mal neue Pfannen die Sachen sind hier richtig schön neu verpackt oh Gartenschere in 12 Euro ist auch nicht schlecht 12 Euro für eine Gartenschere denn hier wir haben wirklich nagelneue Sachen hier Spiele, nein keine Spiele, das sind Filme auch interessant der Verkauf jetzt mal ohne Mist so also ich habe ja jetzt ein paar Stunden drauf aber irgendwie checke ich da gar nichts irgendwie war das so Doppelmoral irgendwie hat er gesagt wir helfen den Leuten die Mutter wollte aber keinen Leuten helfen dann sagt sie dann so sie ist keine Händlerin obwohl sie im Endeffekt ja eine Partnerin hat wo sie halt Produkte bezieht um das dann halt auf dem Flohmarkt zu verkaufen halt die klassischen das sind so die klassischen Rümpelstände da tust du halt trotzdem mal wühlen und vielleicht ist da für den einen oder anderen was mit dabei wo du halt trotzdem auch günstig bekommst ne muss ja keine schlechte Quali oder sowas sein aber das ist ja ja keine Ahnung also ich bin echt maximal verwirrt von dem Video weil der zeigt dann halt einfach so ja schaut mal an die ist das Ananas das gibt es alles auf dem Flohmarkt ja was soll das bringen ich habe vorhin gesehen ich wollte mit meiner Mutter reden ich so Mama sag den Leuten mal wie sollen sie anfangen, wenn sie zum Flohmarkt gehen meine Mutter sagt ich gebe keine tipps umsonst das heißt ich musste meine mutter irgendwie ein bisschen davon überzeugen dass sie ein paar tipps raushaut wie man so viel geld am flohmarkt verdienen kann aber ja ihr habt gesehen die haben transporter dann an erster stelle meine mutter kennt leute die ihr sachen geben umsonst und dann mit den sachen kommt sie natürlich hierher und verkauft sehr erfolgreich und ja man muss an erster stelle seine erfahrung sammeln wenn man dann seine erfahrung gesammelt hat dann kann man hier gutes geld verdienen ich kann mir gut vorstellen dass man hier auch als privatperson zu hause einfach mal sachen nimmt und dann hierher kommt und für paum mit paar hundert euro nach hause geht vor allem wenn man das nicht einen tag macht sondern mehrere tage kann man gutes geld verdienen also wenn ihr irgendwie ein paar hundert euro braucht kommt doch einfach mal am wochenende zu einem flohmarkt da kann man dann auf jeden fall gutes geld verdienen ich schaue mich jetzt noch ein bisschen um mehr gibt es eigentlich gar nicht zu dem video ich wollte euch einfach mal mit nehmen und euch zeigen wie es hier so ist ich liebe es ist sehr cool und das war eure kommentare was mit dem video wir sehen uns beim nächsten video that's it ich hoffe es hat euch gefallen abonniert den kanal liked das video kommentiert das video und wir sehen uns beim nächsten mal peace wo das ist ein cooles foto das ist ein richtig cooles foto wo das auch das auch ich glaube mein lieblings foto ist das ist auch echt schön also nummer 23 und das ist nummer eins das gefällt mir richtig gut das bild hier ist ein sehr schönes bild ja